Musik Ich möchte mit dir einen Vers im 1. Petrus betrachten, der eigentlich sehr, sehr provokativ für uns ist. Petrus spricht hier von Jesus und sagt, der unsere Sünden an seinem Leib, selbst an das Holz, also das Kreuz, hinaufgetragen hat, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Jesus ist ans Kreuz gegangen und hat für uns einen gewaltigen Sieg, Errung, Zugang zum ewigen Leben, Rettung, Erlösung, Befreiung. Und dazu zählt, nach Petrus hier, auch Heilung, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Das ist wirklich eine interessante Aussage. Er sagt nicht, durch dessen Striemen ihr einen Anspruch habt, irgendwann einmal, wenn ihr richtig lebt und superheilig euer Leben gestaltet, Heilung empfangen zu können. Er sagt auch nicht, wenn ihr fastet und betet, dass euch Heilung zusteht. Er sagt auch nicht, das ist der mal einst. Nein, er sagt, das ist euch geworden. Das steht euch da zur Verfügung. Das ist schon da. Das ist eine Tatsache. Das ist nichts, was vielleicht mal gilt. Eine Verheißung. Nein, das ist eine Tatsache, auf der du dein Leben bauen kannst. Nun, es ist nicht so, dass ich oder unsere Familie das schon erlebt, dass wir sagen, Krankheit hat keine Macht über uns. Wir kommen da nie in Bedrängnis. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Aber wir akzeptieren sie nicht, sondern wir sagen, die Tatsache ist, dass wir in Christus durch seine Striemen geheilt sind. Das sind nur Attacken. Das sind nur Versuche des Feindes, uns zu bedrehen und wir weisen das zurück. Wir nehmen das nicht für uns an, sondern wir sagen, das ist nichts anderes als eine Attacke. Und wir kämpfen dagegen, weil wir wissen, in Christus ist diese Heilung unser Erbteil. Es steht uns zu. Petrus bezieht sich hier direkt auf Jesaja. Jesaja spricht über den Messias, jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber behielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Jesaja drückt es ganz genauso aus. Er sagt nicht, durch seine Striemen wird vielleicht irgendwann irgendwie dir mal Heilung zur Verfügung stehen. Nein. Er sagt, das ist eine Basis, ein Fundament. Heilung ist dir geworden. Und wenn du das momentan in deinem Leben nicht erlebst, was die meisten Christen in der westlichen Welt oder vielleicht sogar auf der ganzen Welt betrifft, dann ist es trotzdem etwas, was wir nicht akzeptieren dürfen, sondern wir sagen, wir wissen, das Wort Gottes ist wahr. Es ist das einzigste Fundament. Es hat Bestand in Zeit und Ewigkeit und wir wissen, wenn uns Heilung geworden ist, dann ist uns Heilung geworden. Das nehmen wir. Wir nehmen dieses Wort als eine Proklamation gegen die Macht von Krankheit, eine Proklamation gegen die Macht von Schmerzen, eine Proklamation gegen die Macht von Gebrechen und von dem, was der Feind uns serviert. Und sagen, nein. In dem, was Christus für uns errungen hat, durch das, was er getan hat am Kreuz, da ist auch enthalten, dass Heilung mir ganz persönlich als Kind Gottes geworden ist. Halte das fest. Lass dich nicht berauben. Nimm dieses Wort in Jesaja oder in 1. Petrus und gebrauche es als eine Proklamation, eine Waffe gegen die Krankheit, gegen die Dinge, die gegen dich angehen. Ich glaube, wenn wir das tun, werden wir erleben, Gott hat viel, viel mehr für uns in diesem Bereich, als wir bis jetzt auch nur erahnen können. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!